Musik Es geht nicht darum, dass man in die Kirche geht, wobei man religiös ist und dann wollen wir da jetzt irgendwie plötzlich Elektromucke haben, sondern es geht eigentlich einfach darum, dass jeder das für sich selber interpretieren kann, wie er oder sie möchte. Wir wollen eigentlich einen Ort schaffen, wo Menschen einen Freiraum finden, so ein safer Space for the Soul. Musik Ich fand es richtig schön, es war richtig cool. Ich würde sagen, eine 10 von 10 hat Spaß gemacht. Und Gott ist auch in einem dann in so einem Moment und man spürt wirklich so eine Energie in diesem Raum und das erfüllt einen wirklich gut. Musik 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 Musik